Das ganze Obst und Gemüse in den Geschäften ist überzüchtet und das ist alles ganz schlimm und ganz furchtbar und jeder will dir etwas Schlechtes und das extra überzüchtet, um den Menschen krank zu machen, bla 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 bla. Heute wollte ich nochmal was zu diesem Thema überzüchtet sagen. Ihr wisst vielleicht, das Wort ist bei mir auf der Blacklist schon seit langem. Das heißt, jeder der das Wort schreibt, landet erstmal im Spam-Ordner und da muss ich ihn rausholen. Also was ich nicht tue, ich lasse sie da, weil ich irgendwann einfach nur noch einen Anfall davon gekriegt habe von diesem unsäglichen Unsinn mit diesem überzüchtet dies, überzüchtet das und ich wollte hier nochmal darauf eingehen. Leute, der Mensch entwickelt sich, okay, und diese Entwicklung ist nicht schlecht. Ich glaube, diese ganze Gerede von wegen Überzüchtung, das kommt irgendwie daher, dass das alles ist schlecht. Jeder will dir etwas Schlechtes und man kann überhaupt nichts mehr essen, alles ist verseucht, bla bla bla. Diese alles ist schlecht Menschen, diese alles ist schlecht Mentalität, um besser zu sein, zu sagen. Und ich denke, daher kommt das und die Wahrheit ist natürlich so, dass wenn du erstens logisch überlegst, die ganzen Studien, die gemacht werden, die zeigen, dass pflanzliche Nahrung etwas Gutes macht im Körper, die krankheitspräventiv wirken, das ist immer irgendeine überzüchtete, gespritzte mit Pestiziden, Herbiziden, was auch immer, eine ganz normale, die ganz normalen Sachen, die du im Supermarkt kaufst. Damit werden die ganzen Studien gemacht. Das ist erstmal die erste Sache, die man bedenken muss, wenn man mal logisch über das Thema nachdenkt. Der zweite Punkt ist, natürlich ist das alles überzüchtet und eine Banane ist zehnmal größer als irgendeine, so eine Ur-Banane oder wie die heißen und das ganze Gemüse und so, das ist so modifiziert, dass das gegen bestimmte Fressfeinde nicht mehr anfällig ist und so weiter. Also sollte es auch sein, das ist auch gut so tatsächlich, das ist auch gut so, dass in einer Banane zehnmal mehr Zucker drin ist als vorher, als in der Ursprungsform. Warum? Ich zeige euch mal ganz kurz warum. Deswegen. Versteht ihr? Der Unterschied zwischen damals und heute. Ja, zum Glück sind die Bananen überzüchtet. Ich kaufe extra, würde da stehen, überzüchtet. Ich kaufe extra die Überzüchteten und nicht die normalen Bananen. Ja, also die Ur-Bananen, diese Bananen hier, diese kleinen, wo nichts drin ist. Okay, ich kaufe extra die, die modern sind, die gezüchtet wurden, wo maximal viele Kalorien drin sind, weil früher hat der Mensch die Sachen gegessen, wo nichts drin war, die kalorienarm waren und deswegen war der auch so unterentwickelt. Und heutzutage kriegt der Mensch viel mehr Kalorien, vor allem auch durchs Kochen. Okay, und dadurch, dass alles so gezüchtet wurde, dass es ertragreich ist, dass da viel Fruchtfleisch drin ist und deswegen laufen wir jetzt auf dem Mond herum. Okay, und das ist nun mal der Unterschied zwischen überzüchtet und nicht überzüchtet. Von daher hier nochmal so ein Video, um euch wirklich einfach nur die Angst zu nehmen vor diesem Thema, weil das ist einfach nur schwachsinnig. Okay, dieses Ganze überzüchte, dies überzüchte, das. Da gibt es kein Problem mit. Ja, zeigt mir erstmal, dass das Essen von der Banane von damals, dies und das macht im Körper und eine Banane von heute eine überzüchtete, macht irgendwas Schlechtes im Körper. Okay, zeigt mir das erstmal. Oh, gibt es nicht. Gibt es keine Studie dazu. Siehst du? Und deswegen ist das alles nur bla, 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 bla. Und von daher, Leute, entfernt euch von diesem ganzen überzüchtet Unsinn. Das ist einfach nur Unsinn. Das ist wieder dieses, oh, es muss natürlich sein. Es muss so sein wie früher. Es muss alles so sein wie früher. Wir leben jetzt auch nur noch draußen im Urwald und so, verstehst du, und waschen uns nicht mehr. Und diese ganze Rückwärtsbewegung, wie Menschen immer sich zurückentwickeln wollen. Ich will so nur natürlich sein wie möglich. Aber ich persönlich nicht. Ich will nicht mich zurückentwickeln, sondern nach vorne entwickeln. Und zwar, dass Autos irgendwann fliegen können. Ich will mit dem PC arbeiten. Ich will ein Dach über dem Kopf haben. Ich will in den Supermarkt gehen, die ganzen Sachen kaufen, anstatt irgendwie auf dem Feld rumackern zu müssen. Okay, deswegen, ich bin da ganz anders gestrickt, was das Thema angeht. Und das auf dem Bild hier, was ihr sehen könnt, das ist der Unterschied zwischen überzüchtet und nicht überzüchtet. Ich nehme das Überzüchtete, das Moderne, das mit irgendwelchen Methoden so gemacht wurde, dass das bestimmt weniger Giftstoffe drin hat und verschiedene Sachen, versteht ihr? Es wurde so gemacht, dass das das Beste ist für den Menschen. Okay, und nicht, die Leute erzählen immer ganz genau das Gegenteil. Oh, das ist so schlecht, das ist so schlecht. Und haben natürlich null Beweise dafür. Das ist das Allerwichtigste. Von daher, Leute, es gibt kein Problem mit überzüchtet. Okay. Vielen Dank fürs Zuschauen, Leute. Und wir sehen uns im nächsten Video. Und wir sehen uns im nächsten Video.